herzlich willkommen zu harsten rats will erklärt die welt was erwartet uns heute abend stand up comedy und wir werden ein bisschen trocken dafür gibt es diese gemütliche couch ihr wisst ja alle würde dir im hals war eng erst mal einen du ja denkt ja aber du kannst gerne schon die leute erklären worum es sich geht wir müssen ja fast was viel eingegossen ja meine frau guckt ja mehr so so sagen wie der bachelor und so was ja dann ist was für meine frau bachelor kennt man das ist so was wie bauersucht frau in gutaussehend das bachelor was haben unsere bundeswehr und die ludolfs gemeinsam beide haben der ganze hof voll schrott stehen der schlimmer karl heinz mein nachbar der sagt immer wenn er am klo wenn er pinkeln geht da sagt er immer so ich gehe jetzt mal an arbeitslos um der hand schütteln aber das gehört hier nicht hin warum kommt marlene nie mit auf die bühne in erster linie aus staatlichen gründen mein lieblingsessen ist pannas auf pannas an pannas du isst gern pannas ja denn dann frag doch mal was ist das blut ist nicht dein ernst geronnenes blut muss man sagen sonst wird ja ein schmussi ja